ja hallo herzlich willkommen zu einem neuen video zu russian fishing 4 jetzt ist das große nord mehr update draußen also alle fehlenden fische die jetzt hier auf dem plakat noch gefehlt haben sind jetzt da im spiel wir können uns das mal hier mit dem wettbewerbs feature mal angucken ein paar davon habe ich jetzt mittlerweile schon gefangen aber wir gucken mal welche fische neu sind jetzt hier ganz neu drin der atlantische herring aus dem kann man jetzt auch filets und köderfische machen den fängt man auch zum beispiel am 34 auch mal ab und an was ist noch neu der konger aal ist neu der konger aal der wird sogar bis 60 70 kilo groß ein riesengroßer mehr aal ist dazu gekommen also sind jetzt zwölf fehlende fischarten dazu gekommen die dogger schabe ist dazu gekommen neuer platt fisch wir gucken mal weiter der gewöhnliche lenken also quasi den lenken den man in norwegen halt auch relativ häufig fängt der ist jetzt auch mit drin quasi der bruder vom blaulängen was ist hier noch mit dabei die klische doch mal ein anderer platt fisch langohr aal mutter ist drin kragenhai wir gucken auch gleich mal wie groß die mittlerweile schon gefangen wurden der riesenhai der größte fisch im spiel ist jetzt mit dabei der riesenhai der seehase auf den geben vielleicht im zweiten video noch mal ein bisschen genauer ein seehase ist mit dabei ein stern rochen ist jetzt mit dabei der stelle die seekatze nicht vergessen seekatze der stern rochen der ist jetzt auch nicht selten den fängt man auch am 34 41 immer mal wieder das genau und der wrack barsch auch ein also der größte barsch im spiel wir gucken wir jetzt gerade wie groß die mittlerweile gefangen wurden wenn wir jetzt einfach können einfach mal ja wir können auch wöchentlich ist eigentlich egal ist ja die gleiche woche wir gehen mal durch der herring ist jetzt hier mit 982 gramm gefangen worden auf hiermit an die wir müssen hier nochmal warte mal wir müssen mal meeresrekorde wo ist er jetzt herring 982 gramm der größte bisher wird wahrscheinlich auch schon trophy sein auf die schaum gummi fische was ist hier noch mit dabei der conga aal wie gesagt mit 68 kilo mittlerweile riesengroß wird wahrscheinlich richtig gut silber bringen die dogger schabe wie gesagt der plattwisch 5,4 denn ist hier der gewöhnliche lenken 35 sogar schon gefangen worden hier auf den gummi fisch was ist noch neu hier die klische mit 4 kilo auch hier auch von lurker immer mal wieder ne also der wird gesagt für alle anfänger wenn ihr die angeltur noch nicht gemacht habt holt euch hier die angeltur mit dem lurker 1007 kauft euch den köder noch mal mit dazu und dann ja wie gesagt wenn ihr köhlerfilet schon ran machen könnt macht auch ein bisschen köhlerfilet ran so der kragenhai den hatten wir eben gerade gar nicht gezählt der ist jetzt auch schon mit 66 kilo neuer ganz schlanker hai hier 47 kilo ist auch sehr selten und bringt sehr viel silber lang ohral mutter die hatten wir eben auch glaube ich gar nicht 699 gramm riesen hai ist jetzt hier mit der oh schon 751 kilo gefangen worden das ist der größte fisch im spiel da gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein real squid was haben wir noch den seehasen der wird sogar 7,2 kilo auch hier schaum gummi gummi mark wird er jetzt auch schon gefangen hier noch mal lurker die seekatze das deshalb erst zweimal gefangen worden ist ein sehr kleiner fisch seht ihr schon sehr selten wahrscheinlich und der stern rochen sogar schon mit 13,6 kilo sehr schön und der wrackbarsch nicht zu vergessen hier mit 76 kilo sehr schöne fische jetzt müssen wir halt bloß mal gucken dass wir die auch denn fangen so wir gehen mal hier rein was gibt es neues an equipment es gibt jetzt neue pilg routen es gibt zweimal die silber variante zweimal die gold variante sind aber identisch nur vom aussehen ein bisschen anders hier einmal die eine pilg route für 16.900 silber 88,4 kilogramm 260 gramm wurfgewicht ja mittleres meeresangeln also ist keine keine bohne mehr auf xp aber sieben prozent meeresangeln plus zwei auf die ledig plus zwei auf meeresgick 2,7 kilo 2,7 meter lang 88,4 kilo tragfähigkeit power 10 von 10 dann haben wir hier einmal noch die mega perk die mega perk hat derzeit montage auf zwei also wenn ihr lieber pöken wollt und die meeresangeln prozent in dem volt kostet auch 16.900 silber hat 88 kilo auch 2,7 meter lang 340 gramm wurfgewicht glaube ein bisschen mehr der 260 der 340 auch denke ich mal zu empfehlen so und die gold variante sind halt genauso sehen halt nur ein bisschen anders vom design aus jetzt sind noch neue boots routen mit dazu gekommen auch wieder eine silber und eine gold variante sind auch identisch und hier ist die größte neue boots route die schwere die ich hatte sogar gehört weil die ja jetzt hier fünf prozent meeresangeln hat der eine meinte er konnte sie schon mit 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 unter 100 prozent nutzen das wollte ich heute eigentlich auch mal nachfragen muss ich dann auch noch mal vielleicht noch mal mich schlau machen ob das wirklich so ist fünf prozent meeresangeln plus eins auf meeresgick filetgick flying collar montage für tote köderfische riesiger gummifisch giant deadbeet und endblei mit 238,3 kilo 3000 gramm wurfgewicht also auch wieder wahrscheinlich weniger verschleiß 9 von 10 power schnell sehr schöne route die kostet aber hier 48.000 silber knapp da gibt es noch die kleinere variante hier die kostet 44.000 silber aber ansonsten halt außer jetzt hier guck hat mal bisschen kürzer als eigentlich nur hier tragfähigkeit ein bisschen anders ja so das sind die routen dann gehen wir auf die rollen stationär rolle gibt es jetzt eine neue nämlich die tourion die rief rief von der rief reihe fünf sterne hat er jetzt hier die größte variante 30.000 der spule 36,3 kilo ist natürlich schon entgegner 56.798 silber das ist schon eine entgegner rolle muss ich mal sagen also man muss halt mal gucken wie wie belastbar die ist ne ob die jetzt ja mehr als die guliaf getriebelast hat ne über 120 kilo oder sowas sehr schön wir können uns die auch gleich noch mal kaufen und dann machen wir da mal eine schnur rauf gucken uns gleich an und dann gibt es hier noch conventional rollen neue rollen einmal die borealika gibt es jetzt als 40er variante 35,4 kilogramm 40 der normale gang und 1 6 der kraftgang also auch noch mal ein bisschen kräftiger als die 30er borealika beim kraftgang 87.000 silber knapp die kaufen wir jetzt auch noch mal und gucken uns die gleich noch mal an wie viel schnur die jetzt genau drauf hat 84 gramm wurfgewicht ja wie gesagt die hat jetzt ein bisschen mehr mit der schnur hier sieht man das auch noch mal 0,25 mm 1690 und hier 0,25 394 gucken uns das aber auch gleich noch mal an und dann gibt es jetzt was ganz ganz neues eine elektro rolle die gucken uns jetzt hier in dem video auch noch mal die macht dann am ende noch mal stand ich das noch mal mit ran elektro rolle raptor 40 von rief 38,1 kilogramm bremskraft 47 hat halt den elektromotor den könnt ihr halt starten und dann könnt ihr quasi aus der tiefe halt die kurbelt halt hier mit 190 meter die minute ein mit 47 kilogramm rollen motor leistung und der gang also ihr könnt da zwischen den normalen gang was jetzt wie der kraftgang ist hier mit 2,4 zu 1 und der und dem elektrogang umschalten und dann könnt ihr halt wie gesagt auch den motor anschmeißen und dann könnt ihr entweder manuell kurbeln mit dem motor also dass ihr die linke maus das gedrückt haltet oder macht doppelklick und dann kurbelt er quasi automatisch bis er in den roten bereich kommen würde oder bis halt wenn die bremse auf 29 bis er in die bremse geht würde er halt kurbeln und dann hört er auf zu kurbeln so die habe ich schon die zeige ich euch hier gleich noch mal so wir gehen jetzt mal rein in die rollen wir nehmen jetzt mal hier die route die hat jetzt hier schon direkt rolle darauf dann gehen wir mal auf die tourion hier hätten wir jetzt mit der 205 kilo schnur 426 meter und wenn wir jetzt sag ich mal wie gehen jetzt mal weil ich weiß nicht wie hoch das getriebe ist wir gehen jetzt mal meinetwegen 145 kilo dann hat die 618 meter bei der 145 kilo schnur ich wie gesagt man müsste erstmal wissen wie viel getriebe das ist wie viel schnur man da nimmt und welches vorfach halten aber so habt ihr schon mal so ein richtwert hier ich kann noch mal gucken ob wir noch mal eine schnur kleiner gehen was haben wir noch eine schnüre und erziehen dann du bist schon bei 709 meter so dann gucken uns jetzt noch die neue borealiger an die neue borealiger ist jetzt für einige am wichtigsten bei 205 kilo die hat jetzt 405 meter also hat von von der 205 kilo schnur hat diese rolle jetzt am meisten meter schnur auch noch mal zehn meter mehr wie die elektro rolle bei 205 405 jetzt ja das ist jetzt quasi würde ich schon sagen auch gerade mit dem kraftgang mit die stärkste rolle für kräftige fische und jetzt gucken wir uns noch mal die elektro rolle an die hat 395 meter bei 205 kilo so jetzt gucken wir uns noch das haus an das haus ist nämlich auch als es gibt noch neue köder stimmt die köder muss ich euch noch mal zeigen köder gibt es jetzt hier riesige gummifische gibt es jetzt bei allen noch mal neue farben es gibt jetzt hier unten einmal so eine pinguin farbe dann gibt es hier komplett dunkelblau blau dann rot weiß ist ja auch immer sehr beliebt und komplett rot ne also rot also rötlicher geht nicht ne also wirklich noch mal schöne farbakzente hier der pinguin sieht auch ganz witzig aus ja die sind jetzt quasi in allen größen noch mal mit neuen farben ich überlege gerade ansonsten was ist noch neu es gibt jetzt hier zwei neue modelle von fischen es gibt jetzt hier einmal den neuen flussbarsch der sich jetzt sogar auch anders verhalten soll im wasser also das werden wir auch noch mal testen dass wir noch mal gezielt auf flussbarsch gehen die animationen sollen jetzt ein bisschen anders sein im wasser ich finde sieht auch sehr natürlich jetzt aus so wie der flussbarsch halt auch in echt aussieht und das neue schuppenkarpfen modell ist jetzt neu sieht auch sehr hübsch aus finde ich sieht auch also ich glaube so sieht der schuppenkarpfen also ich habe jetzt in echt noch kein schuppenkarpfen gefangen aber viele haben heute auch berichtet dass der in echt halt also dass er sehr realitäts nah jetzt im spiel aussieht kann aber zum vergleich den wildkarpfen weil der einige so ein bisschen der sieht schon anders aus ja ja wir gucken uns jetzt noch das haus an das ist jetzt neu das haus hier ist hier vorne das haus kostet jetzt 45.000 silber oder ist auch reduziert für gold ich glaube 40 gold oder so also ist jetzt reduziert gerade und damit spart ihr dann hier die reisekosten zu dem gewässer ja sie könnte jetzt immer kostenlos dann hier hin reisen wir gehen mal rein in das haus ich habe hier schon mal ein paar rollen hier schon ran gemacht hier kann man halt sehr viel machen hier habe ich schon ein paar pokale aufgestellt hier meine tannenbäume mein pokal mein wimpel denn hier noch ein pokal neuer trailer läuft jetzt hier glaube ich auch ich weiß gar nicht ob es den forschung gab nochmal werbung oder ausmachen so wir gehen jetzt mal ich zeige euch das mal wie das hier funktioniert ihr drückt jetzt hier den schalter und da seht ihr hier quasi hier könnt ihr die ganzen wimpel die ganzen pokale hier habe ich noch den ehrenfischer hier könnt ihr noch was aufstellen hier die ganzen rollen hier die ganzen routen hier oben könnt ihr noch großen fisch ran machen und dann habt ihr jetzt hier endlich die möglichkeit riesige fische ran zu machen also hier habt ihr zweimal die möglichkeit also es müssen jetzt keine schwertfische sein ist egal welche fische da das sieht man jetzt hier nicht hier diese fische gehen von 3 meter 20 bis 6 meter 40 da gibt es jetzt quasi am moskitosee beim tierpreparator könnt ihr jetzt wenn ihr einen fisch über 3 meter 20 habt dann könnt ihr den hier quasi so ausstellen und hier oben das geht jetzt bis 12 meter 80 unter der decke also ein fisch könnt ihr hier bis 12 meter 80 ausstellen von 6 meter 40 bis 12 meter 80 das sind natürlich die riesen fische dann habt ihr hier wie gesagt noch viele plätze zum fische ausstellen ja hier habe ich jetzt auch schon mal ein paar fische wie gesagt ich musste erst mal mein hier ist noch mal der super troffi schuppi und sowas ich habe jetzt die meeresfische ich muss die alle hier noch mal so ein bisschen noch mal hin machen noch mal ausstellen da habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht ja das ist wie gesagt das neue haus so sieht das aus die katze ist leider nicht mehr dabei die aus dem kohori haus übrigens das kohori haus kostet glaube ich 25.000 silber also ist auch reduziert für wen vielleicht noch mal das kohori haus interessantes und ihr könnt halt wie gesagt hier dann das haus primär machen das geht glaube ich wenn das haus noch nicht primär ist hätte die jetzt die möglichkeit wenn ihr auf die tür guckt das haus primär machen so das wäre erst mal das was jetzt alles glaube ich neu ist was noch neu ist wir können mal kurz im boot rausfahren was jetzt noch neues ist das boot das boot ist jetzt noch neu mit reingekommen nur gleich mal rufen hier wir fahren immer kurz raus ich kann euch das mit der elektrorolle auch gleich noch mal zeigen wie das genau funktioniert wir bleiben jetzt ich bleib mal hier kurz stehen auf jetzt mal das boot stehen hier jetzt muss ich ticket verlängern alles gut so kurz warten ist das ticket kann ich dann noch mal dieses die rolle mal zeigen so ihr werft jetzt quasi aus dann könnt ihr habt ihr hier einmal den manuellen gang einmal den elektro gang und wenn ihr jetzt hier einmal kurbelt startet sich quasi der motor das könnte dann selber steuern oder macht doppelklick ja und dann kurbelte automatisch ein wie das mit dem püsch der noch mal ist das müsste dann ich glaube das war ich ja in der nächsten folge mal mit euch war da wollte ich mit euch eh noch mal ein bisschen angeln gehen also die elektrorolle kostet 119.000 silber die ist halt wirklich sehr sehr teuer und die ist halt sehr gut geeignet wenn ihr hier in den tieferen bereichen zum beispiel am 120er am 180er 170er oder auch generell in den anderen spots die ein bisschen tiefer sind wenn ihr da angelt und die kurbelt ja wirklich 190 meter die minute und ihr habt jetzt einen rotbarsch dran ihr habt jetzt einen kleinen heilboot dran oder andere schöne fische blaulängen und so weiter dann könnt ihr die sehr schnell halt hoch kurbeln klar wenn man jetzt sag ich mal 30 kilo plus heilboot hat dann müsste man hier quasi ich guck mal gerade das kann ich jetzt nämlich nicht umschalten müsste man hier in den manuellen gang schalten zeige ich euch gleich noch mal müsste man hier auf manuell schalten wenn die spannung jetzt so hoch geht weil dann kurbelt der e gang halt auch nicht ein und dann kann man hier quasi mit dieser 2,4 übersetzungen quasi wie ein kraftgang bei den anderen rollen kann man denn kurbeln man kommt natürlich langsamer aber dafür halt kräftiger und das ist dann halt für fische die den halt sage ich jetzt mal 40 kilo plus sind aber den elektrogang startete quasi mit linke maustaste doppelklick und was jetzt noch neu hinzu kam ist jetzt hier bei den videoeinstellungen könnt ihr jetzt hier den rahmlosen fenster modus machen das ist zum beispiel wenn ihr jetzt raus habt aus dem spiel dass das spiel im hintergrund geöffnet bleibt also dass das quasi nicht minimiert wird das könnt ihr jetzt auch einstellen und es gibt jetzt bei der steuerung hier steht jetzt keine beschreibung könnt ihr zwischen gehen und laufen umschalten halten das ist jetzt auch noch neu ja ich hoffe er ist jetzt hier mit der bootsmiete langsam durch ich kohle noch mal den rest rein damit wir das boot rufen können weil jetzt gerade hier das mit dem ticket war ich hatte jetzt hier mal kann ich schon mal schnell die modelle zeigen die ich bisher gefangen habe wird hier so eine docker schabe habe ich gefangen sieht die da man groß auch ganz witzig aus hier auf dem maggot am 34 er denn hatte ich hier ein conga mit 7,9 der war noch nicht maschette größe auf den zoll die fisch auf der pilg montage ist auch cool aus auf jeden fall und ich hatte hier noch eine klische wo die jetzt hier ist eine klische aber eine ganz kleine also nur auf den lurker hier noch gefangen ja das waren glaube ich meine einzigen neuen fischer heute mehr hatte ich heute noch nicht gefangen so wir rufen mal das boot das dauert jetzt 30 sekunden dann kann ich euch das nochmal zeigen sofort boot müsste gleich kommen wie gesagt 30 sekunden dauert das dann taucht das hier quasi auf mit seiner musik auch noch also was ich noch sagen wollte mit der elektrorolle wenn ihr im elektro gang kurbelt ist die energie egal weil das ja über einen motor läuft das seht ihr hier zum beispiel der motor bei mir schon 1,9 prozent der motor ist auch relativ teuer jetzt kommt er so ihr habt ihr jetzt ein fischmarkt ihr habt ihr das komplette angel geschäft ihr habt lebensmittel geschäft ihr habt hier bjb shop wo ihr die meeresgüter kaufen könnt ihr habt ihr eure boot tickets die ihr kaufen könnt und dann könnt ihr das u-boot quasi wieder weg schicken was ich noch mal zeigen wollte also wie gesagt der motor habe ich jetzt mal guckt der kostet so um die 20.000 an der volchow wenn ihr den ersetzen wollt bei der rolle die rolle kostet 119.000 motor kostet 20.000 getriebe hatte ich jetzt am windenbach gesehen für 4.500 spielung auch nicht so teuer spule habe ich an der volchow gesehen 21.000 bremsung kugel lager aber auch nicht so teuer ja und wie gesagt der motor ist aber ein austausch teil das ist heißt ihr bezahlt jetzt hier nicht mehr aber im getriebe zum beispiel desto stärker das verschleißt ist desto teurer ist das halten aber beim motor bleibt der preisgleich also diese 20.000 silber müsst ihr halt irgendwann denn mal bezahlen in der reparatur aber verschleißt den erst mal runter ja ich sag mal so bis 49 prozent und dann mal gucken wie sie es damit noch angelt wenn es nicht mehr geht klar dann muss man halt reparieren ja so viel noch mal zu dem thema das war es erst mal mit der info folge und in der nächsten folge gehen wir dann mal ein bisschen angeln ich hatte hier von der sunny einen schönen spot am 41 da können wir hier die seehasen fangen und so das gucken uns dann mal der nächsten folge an vielen dank fürs einschalten erst mal das war erst mal so die ersten infos zu dem update vielen dank und morgen also heute quasi am freitag bin ich nachmittags auch wieder live auf twitch da könnt ihr auch noch fragen stellen wir hatten jetzt auch gerade eine frage antwort runde mit joey und tobi wieder mit sille zusammen da waren bei twitch wenn ihr das video die mal gucken wollt von gestern sehr viele fragen noch beantwortet alles klar vielen dank tschüss